ja servus knochen hier mit kaiser und franz hier machen wir heute mal nur zum spaß den wir nicht haben wir eine runde mit dem panzer, ich geh zuerst mit dem t50 rein der hat 4,5 cm 20k geschützt da steht ja alles vor und vorlesen danach wahrscheinlich mit der cis 5,7 cm wenn ich irgendwann mal reinkomme dann werde ich auch ein bisschen fahren wahrscheinlich und eventuell schieße ich auch mal, ich tue ja vielleicht auch mal gucken wie es läuft ich bin so eingerostet, wieviel dem match ist das jetzt, ich glaube das vierte oder so wir haben einen guten monat jetzt nicht gespielt oder noch länger, ich weiß es auch nicht mehr ich weiß nicht, weil ich das letzte video gemacht habe hier ich habe das gefühl, dass von mal zu mal mit meinem, also ich weiß nicht, fängt es immer mehr an zu ruckeln hier irgendwie, alter ist das fahrbarisch, guck mal, jetzt hängt man einfach komplett und ich wurde nach vorne geschmissen äh, yeah, yeah, yeah der ist hing kurz und dann wurde ich wie nach vorne geschmissen weil ich eigentlich am fahren war das ruckelt komplett hier alter ist das best hier dieser kann man ja kommen aufzeichnen hier ok alter monat, scheiße fahrrad durch jude kiste komm raus, man der feind hat die initiative ich glaube, das kommt erstmal nicht mehr raus so, KI na, das ist doch nicht das ist jetzt falsch mit Moni, aber ist ok das ist knallnäher auch nochmal so soll ich denn zielen, damit er endlich verspendet wie meinst du denn? das ist das äh ja, so ne... so ne Kaida, ja, weißt du ja, menschlauft schickt in der Luft jetzt ist man es ich hab auch nicht schossen nur bei der Lass mich gucken er hätte er steht aber ja er ist naja ja ich habe gesehen wie er drunter gefallen ist so wie ist aber barbarisch voll ne also gerade von der Seite jetzt und weiter oben kommen auch schon zwei runter ich glaube das wird echt nicht einfach hier was dreht sich da drüben oh siehst du hier fallert schon einer rüber hier ich hab gar nicht die Möglichkeit zu schießen jetzt bin ich mal in der Luft naja wird wohl nicht lange andauern hier ok einen hab ich weg boah Bomber verrecke ok immerhin ein Flugzeug killst na wenn das nichts ist ich hab meinen ich hab meinen so gesehen wo es ist wuuu Scheiße bewegt dich da oben wir sind bereit zu feuern lebe ich noch oh tatsächlich ich schick mal da sind zwei nebeneinander da schick ich mal Arturier auf hinter uns ist einer also beziehungsweise ist der irgendwie da auf der Brüstung warte was war das denn hab ich den Treffer abbekommen oh 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 Gott also ich werd auch nicht hochfahren da jetzt ne hi ja da werden die mit Sicherheit auch oben stehen ein technisch stich ach da oben auf der Brückenkopf da wo man rausfährt wie aus diesem Torbogen da wird bestimmt einer sein ich würd da nicht hochfahren wenn ich den Sterbicher da ist einer was ist mit dir los so beziehungsweise hab ich doch gesagt er musste nicht ich bin schon fast weg ja aber solange du noch da bist kann ich auch noch was machen ich kann nicht schießen tschüss ist ok ich war jetzt vor wie bist du weg? nein nein warum ah man jetzt will ich hier campen der muss ja irgendwann mal wieder reinkommen hier muss dauert bis ich da bin jetzt wartet er darauf dass ich rauskomme ziel ziel ja Artillerie auf meine Position ich denke ich bin hier sicher hoff ich AHHHHH komm Bastard alter hab ich nicht die Chef Munition hier? falsche Munition oder was? ne wuuu wuuu fuck was der Ladeschütze? ich hab mich selbst getroffen durch meine eigene Artillerie scheiße ich seh keinen Gegner mehr fuck die sind ja alle schon ah ich werd von hinten beschossen fuck you irgendwer ist da hinter mir du bist weg du bist weg ne 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 du bist da hinter dir direkt hinter mir steht einer so ein kleiner Schwulhooper weißt du ne das war ja simpel kleines dummkiddy ok jetzt geh ich mal mit der CIS rein die ist total scheiße die ist total scheiße a wo ist denn hier A ah da ist jetzt nur eine ok a pfff hier sind ohoh hier sind wir ohoh oieieieieiei das war vier Stück ich fahr mal irgendwie anders lang ey ich werd schon wieder von hinten beschossen du glaubst das nicht irgend so ein Arschloch ist hinter mir Und die sind auch vor mir Die sind überall Ach, okay, ich seh schon Ich hab gesehen, was es war So eine bekackte Peschka Und jetzt kommt so ein kleiner Schrockpanzer hier vor mir Ach, ist das billig, Alter Du bist so ein billiges Kind Der Typ ist eh so ein dumm Kind Jetzt geh ich nochmal mit dem T-50 rein Ja, der kommt zum Spaupunkt hoch, ne? Ein Fleisch weg Ja, da sind wir alle so ein bisschen gleich Da kommt ja auch grad jeder und seine Mutter hoch hier Oh, scheiße Alter, jetzt zeigt er mir nichts an hier Die ganzen Scheißkinder sind jetzt hier oben, ey Was für eine Billigkacke Jetzt rammt mich der eine Ich kann keine Artillerie Ich kann nichts rausschicken hier Ich kann nicht mehr zielen so Weil er mich so nach unten drückt Oh, was für ein Billigkinder, Alter Naja, ich bin schon weg Ich nicht Ich kämpere jetzt Ich würde mal auf dich zu gehen hier Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen was ist das denn? was für eine kacke man was denn? ich will schreiben bist du schon gesperrt? ich schreib hier jetzt feindliche truppen haben mein gebiet eingenommen nein das spinnt hier manchmal und springt immer hin und her wie sie will hier so ne dann schreibst du und hast gar nicht in die zeile geschrieben obwohl ich hier reingeklickt hab in diese verkackte zeile der feind sieht geht ansatz jetzt ich wollte eigentlich ich bin auf dem Motto Warships immer wenn man mit links klickt ich denke hier die ganze Zeit so wechsele ich die Position auch mal hat sich eine Kühle ah fuck you ich schwitz voll du auch? ah scheiße meine frage muss aber nicht antworten das ist ok was hast du denn für eine frage gestellt? ich sagte ich schwitz voll du auch? ich nicht Gutscheine bekommen nur ich will das fahrzeug welche ich gefahren bin was ist ein dreck ey ah siebter was? davor habe ich weniger geleistet und war sechster die Farschen einen auch hier oder? naja wie auch immer danke fürs zuschauen wenn sie als Zeitverschwendung jetzt gewesen ne gerade doch drauf ja eben abonnieren oder nicht oder am Arschlecken ne bis dicken